Mein Name ist Peter Maffay. Ich unterstütze sehr gerne die Aktion Way to Hearing von Lothar Baldrisch. Zumal auch deswegen, weil mir Kinder sehr am Herzen liegen. Ich selber habe vor Jahren das Projekt Begegnungen mit Freunden zusammen realisiert und die Hilfsorganisation World Vision damit unterstützt. Vor Ort, an verschiedensten Orten dieser Welt, haben wir uns von den Aktivitäten und der Arbeit von World Vision informiert. In einer Zeit, die sehr kurz, sehr schnelllebig geworden ist, ist es wichtig, an andere zu denken. Mal kein neues T-Shirt kaufen, mal nicht irgendwo eine weitere Pizza verdrücken, dann mal in sich gehen und sich fragen, habe ich vielleicht ein paar Euro übrig. Mit 30 Euro im Monat kann man einem Kind auf dieser Welt durchaus eine Zukunft garantieren. Das, was Lothar da macht, ist Aufmerksamkeit zu generieren. Durch die 15.000 Kilometer lange Strecke von Schwerte nach Vietnam erregt er Öffentlichkeit und möglicherweise auch ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie mal darüber nach. Vielen Dank.